haben die keinen druck dann spinnen sie es für die exhibition Schmuck, Edelsteine und Gold das sind sozusagen die Hobbys der Williams Schwestern das ist es was du zuerst befürchtet hast um Das war's für heute. Das war's. VAMO! Sehr gut gesehen, 4 verloren, zur Zeit aber noch die Nummer 5 im Ranking, aber es kann sich sehr bald ändern. Und der erste Satz geht mit 6 zu 2 an Winners Williams. Der Kopf ist enorm, 15.30. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 3. 6. 10. 11. 10. 11. 40, ça. Vielen Dank. Vielen Dank. Auf den Aufschlag hat sich Barbara Schwarz auch eingestellt. Sehr gut gespielt. Vielen Dank. Mal schauen. Bernd Wetter, Ihr Trainer. Aha, das ist ganz bloß. Vielen Dank. Sehr gut aktiviert. Ho, ho, ho. Sensationell serviert. Unglaublich, wie sie diese drei Matchstelle abgewehrt hat. Und was mich an der Partie, die sie jetzt so beeindruckt hat... Ja, der fällt rein, der war noch da. Ja, der hat einen sehr, sehr guten Ball gespielt auf dieses Leiste diesmal. Ja, großartig gespielt. Satzball. Riesenvorhand hier schon. Sie kriegt sie nur noch zurück, die Williams. Sehr, sehr viel Risiko, aber diesmal ist alles gut gegangen. Und jetzt hat sie Satzball. Und von der Seite, da hat Williams einige Probleme schon beim Aufschlag gehabt. Sie schaut da voll in die Sonne. Ja! 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 Großartig von Barbara Schwarz. Ja, wieder das Weiß. Großartig. Mademoiselle Schwarz. Barbara Schwarz gewinnt den zweiten Satz in Teipreg. Gewinnt ihn mit 9 zu 7, wenn ich jetzt richtig... Was ist das? Schwarz. Ach! 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.